Ich werde jetzt die Puzzleteile sammeln, diese Puzzleteile sind so lilane Punkte, die auf ein T habe ich gesammelt, das Level muss man aber abschließen, was kein Problem ist, so haben wir den ersten Buchstaben gefunden, so geh zum Auto, ich werde jetzt die Dinger sammeln, im Prolog war auch noch ein Buchstabe, was ist das denn? Ich kann hier ab, wtf? Was? 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 Okay, hier habe ich auch keine Maske. Oh, what? hotline miami ok was ist das denn für ein level ey jetzt habe ich mal eine waffe weggeschmissen kacke Okay, ist ne Wand. Und jetzt Eurogamer Expo, ah, ist also ein Bonuslevel, einfach nur tatsächlich, einfach nur von der Messe. Aber cool, zwei Minuten hat uns das gekostet, kein Problem. So, müssen wir ein bisschen genauer hinschauen, irgendwo hier ist ein Buchstabe. Das ist ein Buchstabe. Das ist ein Buchstabe. Es ist ein Buchstabe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 2 buchstaben haben wir verklickt mich die ganze zeit in der zweiten etage da ist es nee okay das ist da 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 Gott. Ja. Ich möchte es schon ganz lösen. Third chapter. 2D-Etage. Ups. Nee. Dann ab, komm, komm, komm. Und dann ab, komm, komm, komm. Das ist das. Dann ab, komm, komm. Klamm, komm. Das ist das ganz lösen. Also ist das ein, der Wirkung. Ja. Ich möchte mal hier einspärzen. Dann ab, komm, komm, komm. Dann ab, komm, komm. Wörter. Jetzt könntest du in das logos. Vielleicht die Dingens wäre ganz nett gewesen. Silencer. So, hier, ah da, auf dem Teppich. Das. Oh. Das. Oh. Das. Oh. Das. ab geht's ja also jetzt geht das auch alles sehr fix im nächsten kapitel im raum der explodiert das war der raum mit dem der raum der verkabelte raum und 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 So, okay, hier ist er, ach ja, im explodierenden Raum. So, das hier ist jetzt relativ einfach, wir sind hier einfach tot. So, okay. 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 Hä, wo ist denn das? Ach nee, hatten wir schon, oder? Wir hatten das eh schon. Woops. Gott. 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 So, auf dem Rückweg können wir nochmal checken. Ach ja, hier war das. Ja, 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 hat sich erledigt. Ich würde sagen, das reicht aber auch. Vielen Dank. Das ist Kapitel 6, machen wir im nächsten Part. Vielen Dank.